Die WM steht in den Startlöchern und genau eine Woche nach Spielende in den nationalen Ligen und Wettbewerben geht es los mit dem Turnier und dementsprechend sind natürlich auch einige Spieler eben noch verletzt und nicht fit für diese Weltmeisterschaft und in diesem Video werde ich euch zeigen, welche Stars ihre Nation eben nicht vertreten können bei diesem Turnier. Wir fangen erstmal mit ein paar Spielern an, deren Nation nicht qualifiziert ist, einfach um darzustellen, was für Topstars uns da auch entgehen, die eben nicht dabei sind, die wir nicht sehen können bei der WM dieses Jahr. Da haben wir dann zum Beispiel Erling Haaland und auch Oedegaard für Norwegen, Ibrahimović, Kulusevski, Isaac für Schweden, Salah, Oblak, Skrinja, Luis Diaz, Andrew Robertson, Riyad Mahrez, David Alaba, Donnarumma und Barela, stellvertretend für eigentlich alle Spieler von Italien, die eben nicht dabei sind, dann auch noch die Afrikaner, Kessier, Oshimen und auch Aubameyang, die nicht dabei sind und dann eben auch noch ein Quietscher, Quarazrelia, der aus Georgien stammt. Nun aber auch zu den Nationen, die tatsächlich dabei sind, wo aber die Spieler, die ich jetzt aufzählen werde, nicht dabei sind. Wir fangen an mit dem Titelverteidiger Frankreich und da ist es eben Nkunku, der im Kader war, sich jetzt aber verletzt hat, Kimpembe, Kanté, Pogba, Mignon fürs Tor, Boubacar, Kamara und eben seit gestern ist es bekannt eben auch Karim Benzema und diese Spieler sind eben alle verletzt und deswegen nicht dabei. Dennoch sind es bei Frankreich natürlich aufgrund des hohen Talents in der Mannschaft im Kader auch einige Spieler, die eben nicht dabei sind und trotzdem wirklich eine große Qualität haben, zum Beispiel Karl Loulou von AC Mailand, Evon Endika, Samaxima und eben auch ein Wesley-Forfanat von Chelsea, der einen Marktwert von 65 Millionen hat und halt einfach nicht berücksichtigt wurde, weil Frankreich schon so eine enorme Qualität im Kader hat. Gehen wir weiter zu Deutschland und da habe ich jetzt erstmal noch Groß und Hector aufgezählt, die auch zur Verfügung stehen würden, aber halt eben schon zurückgetreten sind und deswegen nicht dabei sein werden. Ansonsten haben wir Reus, Werner, Metscher, Neuhaus, Wirtz, die alle verletzt sind und auch verletzt sind, noch Brömmel und Dahoud, die ich jetzt mal noch aufzähle, aber ja, da ist auch fraglich, ob die eine Option gewesen wären. Und wer nicht dabei ist aus sportlichen Gründen ist Mats Hummels, sollte hier auch erwähnt werden. Gehen wir weiter zu Spanien, da ist es so, Mikel Ojasabal ist schon sehr lange verletzt, deswegen nicht dabei und José Gallar, der Linksverteidiger von Valencia, war dabei, hat sich jetzt verletzt. Für ihn wurde Balde von Barcelona nachnominiert. Und bei Spanien ist es somit am krassesten, wer nicht berücksichtigt wurde, einfach aus sportlichen Gründen und auch aus alterstechnischen Gründen. Da haben wir Sergio Ramos, Thiago, De Rea, die alle nicht dabei sind, ein Mikel Merino, der für Real Sociedad wirklich überragende Leistungen zeigt und Mike Cucurea, der Linksverteidiger von Chelsea, ist tatsächlich auch nicht dabei und das, obwohl dann ein Linksverteidiger sich verletzt hat und da hat man einfach Balde nachnominiert, das Top-Talent von Barca. Das ist, denke ich, auch mal ein klares Zeichen, wobei man sagen muss, Cucurea sollte eigentlich schon dabei sein. Der ist zwar älter, aber auch nicht wirklich alt und er ist qualitativ schon ein richtig guter Linksverteidiger. Auch bei den Engländern sind viele Stars nicht dabei. Wir haben Rhys James, Emil Smith-Rowe und Chilwell, die alle verletzt sind und deshalb nicht dabei sein werden. Und wir haben Jadon Sancho, Jack Harrison, Tomori von AC Mailand, Elliot, Anthony Gordon von Everton, Top-Talent und Tammy Abraham, die alle nicht dabei sind aus sportlichen Gründen. Ja, okay, aus sportlichen Gründen hört sich immer so ein bisschen negativ an, halt einfach, weil der Kader schon voll ist und kein Platz mehr für sie war. Dann die Niederlande, da ist es ein bisschen entspannter. Wir haben Gini Wijnaldum, der ja noch kein Spiel in der Saison gemacht hat und weiterhin verletzt ist. Und dann muss ich aufzählen, auch wenn er jetzt keinen hohen Marktwert hat, es ist ein Riesenskandal, dass Mike Flecken nicht dabei ist. Das sage ich jetzt als Freiburg-Fan, aber auch als objektiver Betrachter. Ganz ehrlich, ich bin selber nicht der größte Flecken-Fan, der ihn immer in den Himmel lobt, aber dennoch, er muss zum einen im Kader sein und zum anderen muss er für mich persönlich, wenn ich die anderen holländischen Torhüter sehe, auch die Nummer 1 sein. Aber dass er nicht dabei ist, ist für mich ein Riesenskandal. Kommen wir zu Portugal und da haben wir Diogo Schotter und Pedro Neto, die beide verletzt sind. Und wer es ansonsten nicht in den Kader geschafft hat, ist interessanterweise Renato Sanchez von Paris Saint-Germain. Und auch Fabio Vieira hat keinen Platz gefunden, der Neuzugang vom FC Arsenal. Kommen wir zu meinem Favoriten für den Turniersieg und das sind die Argentinier. Da ist zum einen Giovanni Lo Celso schon länger verletzt und zwei weitere Spieler waren schon im Kader und dabei für die Vorbereitung fürs Turnier, haben sich dann aber noch verletzt. Und zwar handelt es sich um den Ex-VfB-Stürmer Nicolas Gonzalez und Joaquin Correa von Inter Mailand. Gehen wir weiter zu Brasilien und da haben wir mit Arthur und Coutinho zwei Verletzte, die jetzt wahrscheinlich auch eher keine Option gewesen wären für den Kader aufgrund ihrer Leistungen. Aber wir haben ein paar Spieler, die nicht berücksichtigt wurden, wie zum Beispiel allen voran Roberto Firmino. Dann hat auch Tete von Olympique Lyon keinen Platz gefunden, Joel Linton nicht. Und auch Gabriel Magelaic von FC Arsenal, der der Stamm-Innenverteidiger ist, hat keinen Platz im Kader gefunden. Das ist auch so ein bisschen überraschend, aber gut, was soll man machen? Wir gehen weiter zum Senegal und da fehlen beide Bayern-Spieler, nämlich Sadio Mane, wo es jetzt erst hieß, er ist dabei. Aber er wird nicht spielen können, er wird mehrere Monate ausfallen. Das ist auf jeden Fall ein herber Verlust. Und eben auch Buna Saar vom FC Bayern, ich glaube die ganze Saison schon verletzt, wird auch nicht dabei sein. Werden jetzt viele sagen, ist jetzt keine große Schwächung. Aber beim Senegal war er tatsächlich Stammspieler, wenn er fit war. Und zwar als rechter Achter in einem 4-3-3. Auch eine ganz interessante Nebeninfo. Aber auf jeden Fall wird auch er nicht dabei sein können. Als nächstes haben wir Mexiko. Da fehlt zum einen Ressus Corona verletzt. Und Chicharito, ehemaliger Top-Stürmer von Mexiko, wurde nicht berücksichtigt. Auch wenn er wirklich eine sehr starke Saison in der MLS gespielt hat mit vielen Toren. Und als letztes haben wir noch Belgien. Da haben wir Salemakas vom AC Mailand, der verletzt ist. Wobei auch da von der Leistung her ein Kaderplatz eher kritisch geworden wäre. Und dann haben wir noch Dodi Luquebaggio von der Hertha, der aus sportlichen Gründen nicht dabei ist. Ja, ich denke der wäre schon eine gute Kaderoption gewesen. Aber die haben auch andere gute Spieler. Wie zum Beispiel einen Doku, der Luquebaggio schon sehr in seiner Spielweise ähnelt. Das waren sie also. Die besten Spieler, die wir bei der WM vermissen werden. Die nicht zum Einsatz kommen werden. Beziehungsweise können. Was sagt ihr zu den Spielern, die fehlen werden? Lasst es mich sehr gerne in den Kommentaren wissen. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst sehr gerne ein Like und ein Abo da. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Haut rein und ciao. So. 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 Vielen Dank.